hallo grüßt euch sonntag video wir machen weiter respirationstrakt so wie ich ja letzten sonntag auch angekündigt habe gucken wir uns heute alles an was mit diesem gas austausch zu tun hat säure basen haushalt diese geschichte die spielte auch mit rein denn die respiratorische sache also das was wir über die lunge machen hat damit ganz viel zu tun und das muss man relativ gut verstehen ist es ist auch nicht kompliziert wir werden heute ein bisschen in die chemie einsteigen aber ich will euch schon mal vorwarnen ich bin auch kein chemiker also auf bewährtem niveau so dass ich kapiere und in der hoffnung natürlich auch ihr kapiert wenn wir uns das anschauen also um das ganze zu klären wie dieses mit diesem gas austausch und wie das so funktioniert und wurde auch dieser hund begraben liegt wie man so schön sagt oder der hase im pfeffer liegt so heißt glaube ich brauchen wir so ein paar fachliche kenntnisse die wir uns erstmal anschauen müssen ja gleich wieder vorneweg keine bilder guckt euch das im buch an ihr habt das alles drin ihr wisst copyright ist einfach mein problem ich will mich darauf nichts einlassen also diffusion was bedeutet das diffusion ist relativ prinzipiell einfach heißt es wandern in einer flüssigkeit gelöste teilchen von orten höherer konzentration zu orten niedriger konzentration es findet somit ein gerichteter teilchen transport entlang eines konzentrationsgefälle statt was bedeutet das das hat jeder schon mal von euch gemacht ihr habt eine gurke salatgurke die hat innen drin sehr viel feuchtigkeit wasser aber wenig salz und jetzt salzt ihr diese gurke und jetzt zieht diese salz das wasser aus der gurke heraus warum ist das so es kommt zur diffusion das bedeutet dass im prinzip das wasser jetzt zum salz wandert weil die gurke versucht diesen salz gehalt auszugleichen versteht ihr also die gurke hat kein salz außen ist viel salz das salz hat kein wasser in der gurke ist viel wasser also gibt die gurke wasser ab nimmt salz auf und man möchte die natur möchte es quasi erreichen dass außerhalb der gurke salzwasser genauso hoch konzentriert ist wie innerhalb der gurke und deswegen zieht das salz das wasser aus der gurke das wäre der eine weg es gibt es auch andersrum dass das salz in die gurke wandern könnte es kommt dann immer darauf an wie die membran geschaffen ist die sich zwischen diesen zwei strukturen befindet wenn die membran nur wasser durchlässt wie bei der gurke und das salz nicht gut in die gurke hinein kann wird aus der gurke viel wasser rauskommen um das salz möglichst zu verdünnen damit die konzentration in der gurke genauso ist wie außerhalb der gurke also nochmal überlegen jetzt machen wir das mal auf unser blut bezogen unser blut die erythrozyten haben eine sehr geringe sauerstoff beladung die luft hat eine hohe sauerstoff beladung jetzt haben wir diese semipermeable wand heißt der sauerstoff wandert jetzt quasi in das blut hinein weil der erythrozyt das gerne haben möchte und die konzentration angeglichen wird das heißt also in diesen alveolen wird jetzt der sauerstoff aus der luft die wir atmen ins blut abgegeben weil die sauerstoff sättigung im blut geringer ist wie in unserer atemluft okay also das ist das was diffusion bedeutet man muss das jetzt vielleicht auch mal so ein paar mal sich vorstellen an so ein paar beispiel wie gesagt mit der gurke funktioniert das ganz gut im buch habt ihr ja so ein nettes bild mit diesen zwei mit diesen mit diesen behältern wo das quasi dann durch diese wand hindurch wandert wo der wasserpegel sich auch verändern kann da kommt halt ebenso darauf an wie das ganze vonstatten geht aber das ist das prinzip das ihr verstehen müsst das heißt stoffe wandern von einer geringeren stoffkonzentration dort hin wo von einer von einem ort der höheren nicht niedriger höhere stoffkonzentration zum ort der niedrigen stoffkonzentration und möchte sich möglichst gleichmäßig verteilen also die für die die natur versucht immer ein gleichgewicht herzustellen und das ist aber halt das was hier passiert im prinzip also ihr seht schon ich bin halt nicht so der physikerklärer ich bin ja froh dass ich selber kapiere also es ist einfach so man kann sich das so vorstellen du tust zucker in den tee jetzt lässt du den stehen und jetzt verteilt sich der zucker selbstständig in diesem teeglas und überall ist ungefähr gleich viel zucker in einem tee ohne dass du eigentlich groß umrühren musst das umrühren tun wir ja nur damit das ganze schneller vonstatten geht nicht damit sich besser verteilt die verteilung würde auch allein durch physik stattfinden okay haben wir hier also auch so viel mal dazu was heißt das eben für unseren gastra austausch kohlendioxid wird abgegeben weil in unserem blut ist mehr kohlendioxid wie in unserer atemluft somit geht das kohlendioxid in die ausatemluft also in die luft in den alveolen sauerstoffgehalt im blut ist niedriger wie in der atemluft somit geht sauerstoff zu rein ins blut sauerstoff wird aufgenommen die funktionsweise ist eben die diffusion gas austausch über dieses konzentrationsgefälle im blut wenig sauerstoff viel co2 in unserer atemluft viel sauerstoff weniger co2 und somit im verhältnis immer zum blut also ihr dürft jetzt nicht sauerstoff und co2 im verhältnis vergleichen natürlich ist unsere luft viel mehr co2 wie sauerstoff aber das gefälle ins blut hinein also wenn man guckt sauerstoffgehalt blut sauerstoffgehalt luft co2 gehalt blut co2 gehalt luft und somit quasi wandert co2 in die ausatemluft und sauerstoff wandert eben ins blut über das ist genau das was hier passiert die aufnahme von circa sechs prozent also das ist das was unsere umgebungsluft ist das heißt wir können aus dieser atemluft die wir aufnehmen gerade mal so sechs prozent sauerstoff aufnehmen recht viel mehr ist das nicht deswegen müssen wir die ganze zeit atmen um das eben sicherzustellen dass die aufnahme auch ausreichend ist wobei uns hier aber eher und das werden wir nachher auch gleich sehen dass co2 eher ein problem macht also wenn wir die luft anhalten und nicht mehr atmen kriegen wir eher ein problem durch die anhäufung des co2 als wie durch als wie ja das ist bayerisch als wie als wie durch den sauerstoffmangel also der sauerstoffmangel macht uns weniger problem sondern eher die anhäufung von co2 wenn wir die luft anhalten okay kommen wir aber noch dazu gucken wir uns an sauerstoff wird dann das eisen des hemoglobins angelagert das eisen ist quasi der stoff der dann mit dem sauerstoff oxidiert eine form von rosten um ihn zu transportieren co2 ist zu zehn prozent im blut gelöst in form von jetzt nicht ausflippen wenn wir chemiker dabei haben das ist nämlich chemisch habe ich mir mal erklären lassen falsch aber für uns als mediziner vollkommen ausreichend als kohlensäure also wenn ich das co2 im blut löse oder in flüssigkeit dann spricht man von kohlensäure und 80 prozent davon werden chemisch in bicarbonat umgewandelt das muss man auch wissen also da kommen wir gleich dazu das wird sich gleich alles so ein bisschen erklären was das so bedeutet und zwar wir haben ein problem unser blut unser blut hat einen blut ph wert das liegt bei 7,34 bis 7,44 irgendwo so um den dreh rum wenn ich mich noch richtig erinnere oder ja genau 7,34 bis 7,44 also 0,1 haben wir hier toleranz was den blut ph wert anbelangt und das ist nicht viel das ist also quasi ein ganz schmaler grad auf dem wir uns hier bewegen sollte unser blut ph wert 7,35 bis 7,45 jetzt haben wir es hundertprozentig so muss der blut ph wert sein 7,35 bis 7,45 und 0,1 ist genau die toleranz die wir haben sollte also unser blut jetzt saurer werden wie dieser bereich werden wir sterben unweigerlich da gibt es gar keine alternative dazu unser stoffwechsel alles was in unserem körper abläuft ist blut ph wert abhängig und somit quasi ganz eng an diesen blut ph wert gebunden und wenn der zu sauer wird sterben wir und zwar sofort ist der blut ph wert zu basisch sterben wir aber genauso das heißt also unser körper muss jetzt die ganze zeit versuchen diesen blut ph wert in diesem level zu halten und wir haben da nur eine sehr sehr geringe toleranz kann man auch so ein selbstversuch machen ich mache das mit meinen schülern immer in den unterrichten dürfen sich dann hinsetzen dürfen mal zehn mal 15 mal ganz tief ein und ausatmen also so eine art hyperventilation und jetzt wird einem ganz schnell schwummerig im kopf wo der körper sagte was geht denn hier ab wenn du noch weitermachen würdest würde dir der körper irgendwann dass die die kontrolle entziehen und du würdest ohnmächtig werden warum was passiert da wir atmen in dieser hyperventilation zu viel co2 ab die leute meinen wir haben dann zu wenig sauerstoff oder zu viel sauerstoff nein der sauerstoff ist nie das große problem das große problem das wir immer haben ist der co2 gehalt und der gelöst im blut macht unseren ph wert sauer und durch diese säure in unserem blut also wenn wir zu viel davon haben durch diese säure im blut kriegen wir ein problem andersrum bei der hyperventilation atmen wir ganz viel co2 ab mehr wie notwendig und dadurch wird unser blut alkalisch und das macht uns genau das gleiche problem und weil das eben so eng gesteckt ist und unsere körper da so schnell darauf reagiert reichen da zehn bis 15 ganz tiefe schnelle atemzüge aus unseren blut ph wert in einen bereich zu schieben wo der körper sagt wo was geht denn hier ab junge wenn jetzt nicht sofort aufhörst damit dann schalte ich dir dein gehirn ab dann mache ich das für dich und wenn du da ohnmächtig werden würdest würde deine atmung auch ganz flach werden also die würde fast bemerkt also fast nicht mehr merklich sein weil du müsstest co2 sparen um den blut ph wert wieder in den sauren bereich zu schieben also anzusäuern um in dem physiologischen bereich zu bleiben das kann man zeigen anhand einer ganz einfachen chemischen formel die sogar ich kapiere im zusammenhang eben mit säure bicarbonat und co2 das gucken wir uns jetzt an also unser kohlensäurepuffer das heißt das ist das wirkungsvollste system für unseren gesamten organismus was den ph wert anbelangt 75 prozent davon wird darüber gemacht ein teil geht noch über die niere ein teil geht noch über stoffwechsel sachen und so weiter über die lymphe und so und so weiter und so fort aber der ist vernachlässigbar denn wenn das ausfällt dann haben wir ein problem dann haben ein richtiges problem es besteht aus diesen zwei komponenten die unabhängig voneinander in dieser blut ph wert kiste reagieren können einmal unsere kohlensäure also das gelöste co2 im blut h2 co3 das müsst ihr mir jetzt einfach glauben auch ich glaube dass dass das die chemische formel für kohlensäure ist h2 co3 zwei wasserstoff ein kohlenstoff drei sauerstoff mehr muss man da gar nicht kapieren dass die zahl immer zu dem vorherigen element zählt das ist wasserstoff kohlenstoff sauerstoff davon haben wir drei davon haben wir eins und davon haben wir zwei dann haben wir noch das bicarbonat das dem entgegen steht als h co3 so das ist die chemische formel für bicarbonat ein wasserstoff ein kohlenstoff drei sauerstoff und jetzt gucken uns an wie das ganze funktioniert denn hierüber haben wir jetzt diese schnelle reaktion respiratorisch über die atmung das ganze in diesem level 7,35 bis 7,45 ph wert zu halten also schauen wir uns mal an was passieren würde wenn wir über säuern das bedeutet unser körper produziert viel viel säure viel co2 in diesem fall dass wir los werden müssen so jetzt haben wir bicarbonat die säure ist freies wasserstoff also freie wasserstoff ionen sind die die unser blut sauer machen davon haben wir jetzt ganz viel im blut durch stoffwechselprodukte abfallprodukte durch stoffwechselvorgänge durch muskelarbeit fällt jetzt eben ganz viel von diesem wasserstoff an und den müssen wir jetzt irgendwie loswerden das heißt wir kombinieren das das steht hier noch mal alles im text aber das ist gar nicht so wichtig dass mit bicarbonat bicarbonat h co3 haben wir vorhin schon gelernt plus wasserstoff so und jetzt ist es in der chemie so dass du das quasi so alles zusammen basteln kannst die elemente verbinden sich am ende darf nichts mehr übrig bleiben und jetzt kommt dabei raus h2o also sprich zweimal wasserstoff 1 2 dann sind die schon weg und ein sauerstoff es heißt die zwei wasserstoff sind weg ein sauerstoff ist weg dann wird aus der 3 eine 2 und wir haben noch übrig co2 also unser kohlendioxid und das atmen wir ab das heißt also bei anfallen von säure durch stoffwechselvorgänge in unserem körper wird das an bicarbonat gebunden daraus entsteht dann h2o wasser das pinkeln wir und schwitzen wir also raus pinkeln und raus schwitzen und das co2 atmen wir ab und deswegen müssen wir wenn wir jetzt zum beispiel sport treiben fällt viel wasserstoff an das wird mit co2 mit bicarbonat gebunden deswegen beschleunigt sich die atmung in der wir das co2 abatmen und wir fangen das schwitzen an indem wir das h2o los werden so einfach funktioniert das das wäre also der weg den wir haben wenn wir übersäuern und dann kompensieren wir das respiratorisch über die atmung drehen wir den wir kommen zur überbasung das heißt also wir haben jetzt wenig wasserstoff wir müssten also quasi unser blut sauer machen heißt jetzt ist das co2 in unserem blut gebunden als kohlensäure h2 co3 das hatten wir vorhin auf der folie da habe ich ja geschrieben was ist kohlensäure was ist bicarbonat ich weiß dass das chemisch nicht zu 1000 prozent korrekt ist so und das im prinzip wandelt der körper jetzt um beziehungsweise er kann es aufspalten und zwar einmal in h co3 h co3 ein wasserstoff dann bleibt noch ein wasserstoff übrig co3 das ist der anhang hier hinten dann bleibt nur noch ein wasserstoff übrig und das macht das blut wieder sauer weil das ist das freie wasserstoffion das dafür sorgt dass unser ph-wert wieder in den sauren bereich wandert das heißt also aus dieser kohlensäure kann unser körper dann bicarbonat bilden und wasserstoff das bicarbonat braucht er später wieder wenn wir übersäuern also wenn unser körper sauer wird weil er jetzt wieder in der lage ist dieses wasserstoff mit dem bicarbonat zu binden und daraus wasser und co2 macht also ihr seht das ist ein hin und her spiel bicarbonat braucht der körper um die wasserstoffionen zu binden zu wasser und co2 andersrum wenn wir diese kohlensäure produzieren also sprich zu wenig davon haben und der körper muss säure produzieren er braucht säure um den ph-wert zu halten 7,35 bis 7,45 dann spaltet er es auf macht daraus ein bicarbonat was er später sowieso wieder braucht und ein wasserstoffion und dadurch wird der ph-wert wieder sauer das ist dieses wechselspiel das hier funktioniert und das ganze läuft über die atmung eben im wechselspiel gehen wir mal zurück über den co2 haushalt und natürlich sauerstoff den wir auch dazu brauchen und das ist jetzt das große problem da werden wir dann drauf kommen wenn es zur pathologie kommt wenn ihr noch mal daran denkt als beispiel kussmaulatmung da kann man es am besten erklären beim ketoazidotischen koma bestimmt schon mal gehört also eine keton körper azidose die ins koma führt was passiert hier dadurch dass der körper im prinzip also beim diabetiker typ 1 passiert das klassischerweise dadurch dass der körper keinen zucker mehr aufnehmen kann weil er eben kein insulin produziert also den zucker nicht in die zelle schleusen kann fängt der körper jetzt an fette zu verbrennen beim abverbrennen dieser fette fallen keton körper an diese keton körper sind stoffwechsel sauer das heißt also es kommt zu einer übersäuerung unseres blutes der ph wert sinkt in diesem fall der körper will das jetzt kompensieren und dafür muss er säure binden das tut er indem er das an bicarbonat bindet in dem fall ist die säure aber diese keton körper die er eigentlich nicht haben möchte dabei fallt fällt h2o an wasser wir haben gesagt er pinkelt das also was ist ganz typisch für den diabetiker dass er eben sehr viel pinkelt poliuri polydipsi poliuri also trinkt halt viel aber pinkelt auch viel und er fällt in diese kussmaulatmung also diese ganz tiefe regelmäßige ein- und ausatmung in der er jetzt versucht sein co2 loszuwerden wenn wir jetzt also diesen begriff der ketoazidose noch mal auseinander klabüstern dann ist das wenn man es erklären möchte eine durch keton körper verursachte übersäuerung des blutes also ph wert verschiebung innerhalb also aus richtung außerhalb des physiologischen bereichs von 7,35 der dazu führt dass der körper versucht die säure über diese ganz stark vertiefte ein- und ausatmung loszuwerden denn er bindet sie mit bicarbonat und wandelt sie um einerseits zu wasser und andererseits zu co2 dass der patient versucht abzuatmen also so könnt ihr das dann wunderbar erklären wenn ihr das mit dieser lunge und dieser bicarbonat h2o geschichte co2 und kohlensäure geschichte so ein bisschen verstanden habt und dann ist das eine ganz chillige angelegenheit und ist auch richtig cool wer es richtig geil erklären könnt also ketoazidotisches koma und guckt euch mal am besten jemanden an auf youtube kann man das sehr gut auch ich habe so ein video auf youtube gesehen wo man das sieht kussmaulatmung gibt das mal ein da gibt es ein video das ist englisch da sieht man einen kleinen jungen der eben diese kussmaulatmung hat und überlegt euch das nochmal wie tief der atmet und der liegt auf dem bett ist ganz ruhig also entspannt ist er nicht aber ist ganz ruhig und er atmet ganz tief und schwer ein und aus und das ist diese kussmaulatmung und wenn ihr so atmen würdet im normalzustand ohne dass ihr diese übersäuerung durch diese ketonkörper hättet dann würdet ihr in die untersäuerung fallen weil ihr zu viel co2 abatmet und durch würde schwummerig werden sowie vorhin das was ich erzählt habe bei diesem versuch den ihr gerne selber machen könnt so 15 mal ganz tief schnell ein und auszuatmen dem jungen geht es dadurch aber besser weil der sehr viel säure in seinem blut hat und diesen ph wert eben jetzt richtung alkalisch verschieben möchte und somit das co2 abatmen muss um die säure in seinem körper zu senken und das was man dann noch riecht das sind eben diese ketonkörper dieses man spricht immer von diesem obstartigen oder aceton geruch das ist dann genau das was diese ketonkörper ausmacht okay also das soll es für heute schon gewesen sein das ist nämlich ganz schön harter tobak guckt euch das lieber noch mal an im video und streicht euch das mal wirklich weg dass ihr das versteht wie dieses hin und her ist dass eben im prinzip bicarbonat und kohlensäure mit dem wasserstoff und dem co2 zusammen hier diesen ph wert unserem blut halten ihr könnt euch noch mal auch was dazu überlegen ich sag das nur weil ich weiß wahrscheinlich die ein oder andere wird mir hierzu jetzt vielleicht sogar im kommentar was dazu schreiben und kriegt auch eine antwort aber überlegt da mal selber drüber nach wenn euch jetzt mal jemand sagt ihr werdet übersäuert im blut kann das fast nicht passieren denn euer blut ph wert kann nur 0,1 toleranz haben darüber werdet ihr sterben darunter werdet ihr auch sterben also eine übersäuerung wie wir das ja immer klassischerweise gerne bei heilpraktikern hören ja sie sind total übersäuert ist im blut schwierig denn ich würde es respiratorisch kompensieren okay also das soll es für heute gewesen sein ich bedanke mich bei euch hofft ihr habt das soweit verstanden wenn nicht bitte noch mal in die kommentare rein schreiben wenn es also nicht ganz zu 100 prozent verstanden wurde kann ich da gerne noch mal was dazu sagen denn interessant ist das auf alle fälle und auch für uns in der diagnostik relativ wichtig ich bedanke mich bei euch wünsche euch noch ein schönes restwochenende und wir sehen uns nächstes wochenende ciao